Eine der weltweit meistverkauften Schermaschinen wurde nun weiterentwickelt, um unter härtesten Bedingungen zu bestehen. Der bewährte Griff erlaubt ein ermüdungsarmes Scheren. Auch die neue Expert wird bei uns in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Kompromisslose Heinigerqualität ist garantiert. Die neue Expert-Generation kann nun zweistufig betrieben werden. Dank diversen Optimierungen ist die Expert Two-Speed noch robuster und langlebiger. Die Expert Two-Speed ist mit bis zu 2800 Doppelhöfen pro Minute feilschnell. Die Expert Two-Speed ist sehr leicht, handlich und leise. Die Expert två-Speed ist mit bis zu 2900 Doppelhöfen.